Eseli? Eseli? Bist du es? Ne, ach ne, du Noah, ich glaube das ist nicht Eseli. Der Eseli, der ist nicht mehr da. Der ist gestern irgendwie aus meiner Tasche gehüpft, mein lieber Noah. Lieber Samuel und auch die anderen der Familie Seger. Das fiel mir ganz schön schwer, als ich das mitbekommen habe, dass der nicht mehr da ist. Nun bin ich ganz schön allein. Ich hoffe ich finde vielleicht ein Eseli 2, weil so, das macht, irgendwas fehlt jetzt da vorne in meiner Tasche. Da saß immer jemand, der mit mir gesprochen hat, der Filme gedreht hat mit mir für euch. Ach, wenn ich einen Ersatz finde, dann hole ich mir ein Eseli 2. So, ich umarme euch, ich grüße euch, bin mitten in der Schweiz, am Vierwaldstätter See. Schaut mal, der sieht echt toll aus. Das ist echt eine tolle Gegend hier. Gut ihr Lieben, mit diesen Bildern sage ich Tschüss für heute. Tschüss Noah. Tschüss Wahhab, Bis zum nächsten Mal. TschüssIA,